Guck mal, wie meine Verteidiger da wegrücken von dem... Und aus der Drehung! Boah. Ach so, durch die Beine. Ach, und er wieder aus der Drehung. Und wieder zu ihm. Das ist so ein... Da unten ist der kaputte Kantechschule. Das ist ja richtig broken, was da noch gesagt hat. Da kann ich ja nicht gut reden, dass man richtig broken muss. Und jetzt ballert's. Oh mein Gott. Boah. Ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen für den anderen. Das hat so gut. Kann ich mir vorstellen. Herzlich willkommen zum allerersten Prime oder Momente-Pack. Aus welchen Nationen? Brasilien, Spanien oder Deutschland? Komm, wir wollen eine brasilianische Flagge. Let's go. Let's fucking go. Alles außer Spanien. Spanien, Bock nicht. Brasilien. Stürmer. Bitte. Das kann doch nur erneut sein. Oh mein Gott. 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 Problem, Alter. Man muss die Katschschule noch selber steuern. Bro. Ich geh halt nicht schwer. Okay. Tor. Sieg. Hä? Was ist da gerade passiert? Messi, 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 Messi. Jetzt komm. Dreh dich, mein Junge. Dreh dich. Drehen, drehen. Nein. Ich war schon frei. Jetzt. Messi. Messi. Was? Warte. Noch nicht kaufen. Noch nicht kaufen. Er hat keine Grill. Mein Gott. Lass mich ein Video machen. Oh mein Gott. Jungs. Der Chavi Moments drinnen. Aber keine Coins, um das Pack zu kaufen. Junge. Was? Der Chavi Moments drinnen. Aber keine Coins, um das Pack zu kaufen. Also ich hab den Spaß meines Lebens in FIFA. Weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Und genau aus solchen Gründen hab ich sehr viel Spaß in FIFA. Warum macht ihr die ganze Zeit Pause? Das Spiel backt. Oh mein Gott. Nur weil er die ganze Zeit Pause drücken musste. Kannst du mich bewegen? Ah, jetzt. Boah, Alter. Was für eine Parade. Oh, geiles Spiel, Digga. Wirklich. Und als zweiten Lukaku 96. Das nimmt man auf Gold 3 safe mit. Big Rom. Grüße gehen raus. Was? Was? Mein Alter! Was ist das, Mann? Ich hab wirklich immer Angst, genau, dass das passiert, ne? Das ist ja dieses Spiel. Endlich, jetzt kann ich auch, jetzt kann ich auch jubeln. Jetzt kann ich auch immer jubeln. Gibt es ja nicht. Guter Pass. Aber mich nicht voll. Naja. Waa? Waa? Deger. Elite 1, komm schon. Dank euch. Stimmt. Der Benjeder Kerl. Aber auch ganz im Fack, der Benjeder krank, Kerl. Der Benjeder krank. Ich hätte aber auch Dinge. Ja, Ruhe, Wasser hätte, hätte Fahrradkette, Kerl. Benzema hätte es auch. Ja, Benzema, Lüge, ist ein MS. Aber wenn jeder 1,2 Millionen, Kerl, Ruhe, bitte, pscht. Twitch-Streamerin, weil du die immer likest. Guck mal, wie er tanzt, es ist Juni, es ist Juni. Es ist Juni, was machst du? Hör auf! Oh mein Gott, hast du das gesehen? Ich hab's mit dem Torrad gepasst und der ist am Pfosten hängen geblieben, deshalb ging der rein. Spanien. Holland. Wer ist das? Ah, der lacht. Mhhh. 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 Aber die kriegen ein Upgrade, also von daher. Ich hab letzte Woche, ja guck mal, Pirlo wieder stehen bleibt. Immer wenn ich Chat lese, kann ich die Tore jedes Mal, Alter. Ich zähle gleich wieder bis 3. So, ich geh mal hier rauf. So, Peter Paner. 3, 2, 1, jetzt. Ich zähle gleich wieder bis 3. Geiler Ball. Der Arme. Und jetzt oben Carrasco. Ankara Carrasco setzt sich da durch in die Mitte. Messia Ankara Messia. Das ist unfassbar. So, dann gib mal. Also, da möchte ich, dass das irgendjemand clippt. Das ist ne absolute Frechheit. Das ist ne absolute Frechheit. Das ist auch ne Frechheit. Und das bitte nochmal clippt. Hahahaha. Hahahaha! Was shall we do a drunken sailor? Was shall we do a drunken sailor? Was shall we do a drunken sailor? Early in the morning. Raining up she rises, so rain up she rises. Untertitelung des ZDF für funk, 2017